In einer Welt, die grausam ist und verletzt, gibt es noch eine Hoffnung durch eine Gruppe junger Männer. Sehen Sie zum ersten Mal im Kino einen Film. Der Sie bewegen wird. Erleben Sie Anna Ajo. Zusammen mit dem Poporchester der Uni Augsburg. Aber es ist auch so, dass langsam echt Sachen nerven. Und zwar die Streife zum Beispiel sind permanent besoffen. Erleben Sie ergreifende Momente aus zehn Jahren Touren und Bandgeschichte. In einem Film mit dunklen Mächten im Hintergrund, voller Emotionen und Leidenschaft und Erotik. Eugen, ich meinte Sex. Im Kino. Am 14. November in Augsburg. Am 14. November in Augsburg. Am 14. November in Augsburg. Am 15. 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 November in Augsburg. Vielen Dank.